Hallo, ich bin der Maik, bin 33 Jahre und komme aus dem schönen Ruhrpott aus Herne. Ich habe auch eine sehr, sehr große Musiksammlung, beziehungsweise sehr, sehr viele Schallplatten. Da ich gerne Musik mache, spiele ich die natürlich auch sehr, sehr gerne. Ich bin jemand, der leidenschaftlich gerne Musik spielt. Ich finde es unheimlich spannend, das mal zu machen. Und ja, es macht mir einfach Spaß, denke ich mal, da mal mitzumachen. Ich bin jemand, der leidenschaftlich gerne.